Dankeschön Herr Präsident, Sie haben schon die Komplizität des Themas geschildert, auch auf die Empathie als wichtiges Element hingewiesen. Ich darf jetzt zum letzten Grußwort kommen. Er ist einsangreist aus der Dekonazio-Situation aus Weihe im Enster, aber jetzt gleich nicht mehr verschneit dort. Genau wie Klapp-Professor Siderin, weder ähnlicher, dem ich somit erspricht.